Ein nettes Landhaus haben sie hier, aber ihre Türe sollten sie wirklich besser abschließen. Und? Dass sie sich etwas nebenbei verdienen, würde er nicht stör und reiden. Sie hält nur nicht viel von dem Verkauf von Informationen. M würde einen Doppel-Null-Agenten schicken, wenn sie einen Verdacht hätte. Und ich als Sektionsleiter wüsste, wenn jemand in den Doppel-Null-Status erhoben worden wäre. Ihre Akte weist keine Tötungen auf. Und für den Doppel-Null-Status benötigen sie... Zwei. 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 Ich weiß, wo Ihre Waffe liegt. Wie ist Ihr gestorben? Ihr Kontaktmann? Sehr unschön. Oh! 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 Oh 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 Ah Ah Oh Klingt nicht von alleine, oder? Oh Keine Sorge, das zweite Mal ist Ja Erheblich 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 Erheblich